Hallo ihr Lieben. Medialität, Heilung, Bewusstsein sind Themen, die immer wieder für mich und auch auf Mystica eine wichtige Rolle spielen. Und heute habe ich eine Frau hier, die sich seit Jahrzehnten mit diesen Themen beschäftigt, viele Menschen unterstützt. Und das ist die wunderbare Sabine Zornedden. Ich grüße dich. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Sehr gerne. Freue mich, dass du hier bist und bin schon sehr gespannt auf deine Geschichte und dein Wissen. Und euch wünsche ich viel Freude. Ja, ihr Lieben. Hallo. Hallo Sabine. Freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Wir haben vorher schon festgestellt, dass wir ganz lange schon irgendwo verbunden sind und jetzt endlich mal persönlich begegnen. Und ich weiß von dir und deiner Arbeit und ich finde es ganz großartig, dass du jetzt einer größeren Öffentlichkeit bekannt wirst. Auch als Medium, auch als Heilerin, du bist Psychologin, Coach und Mentorin für Bewusstseinsentwicklung, Channel-Medium, Botschafterin des höheren Bewusstseins und Mittleren zwischen den Welten. Das finde ich so schön. Ja. Und du machst es schon sehr lange und wenn ich mich richtig erinnere, warst du als Kind schon sehr, sehr hellfühlig, hellsichtig. Ist das richtig? Ja, genau. Ja. Ja, ich habe als Kind schon so besonders ausgeprägte spirituelle Fähigkeiten gehabt. Also ich habe sehr viel gespürt an Menschen. Ich habe gesehen, was innerlich in ihnen vorgeht und war auch ein sehr glückliches Kind, was immer so die innere Mission hatte, andere Menschen auch glücklich zu machen. Also das war sehr typisch für mich als Kind, ist jetzt auch noch typisch. Und ja, ich habe vielleicht das große Glück auch, dass diese spirituellen Fähigkeiten oder diese Fähigkeiten des höheren Bewusstseins, dass die nie weggegangen sind. Toll. Ah ja. Also auch nicht in der Teenie-Zeit verschüttet. Ah, okay. Sind zum Glück nicht weggegangen, weil die eben auch innerhalb meiner Familie sehr unterstützt wurden oder zumindest gefördert wurden durch die Haltung. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass mir das so erhalten blieb und dass es sich dann immer mehr entwickeln durfte in mir. Ja. Also das heißt, du warst schon ein sehr, also schon als Kind warst du sehr wach und bewusst. Und wenn ich mich erinnere, auf deiner Webseite gelesen zu haben, dass du mit vier Jahren wusstest du schon, was deine Aufgabe ist. Ja. Wolltest du das mal erzählen, wie diese Erkenntnis kam, was da geschehen ist? Ja, an den Moment erinnere ich mich sehr gut. Da war ich tatsächlich gerade vier. Man denkt ja, wie kann ein vierjähriges Kind dann so eine Klarheit haben? Aber in meinem kindlichen Bewusstsein, was eben doch dann schon sehr klar war, war mir, also habe ich innerlich wirklich gespürt, warum ich, warum ich hier bin. Und ich erinnere mich daran, dass ich damals zu meiner Mutter gesagt habe, so wie ich es damals ausgedrückt habe, ich bin hier, um Gutes zu geben und Menschen glücklich zu machen. Ach, wie schön. Und ja, dieses Gefühl, was mich da begleitet hat, hat mich auch sehr glücklich gemacht. Und so im Laufe der Zeit wurde es mir eigentlich klar, dass das, was ich da an Menschen sehe, also auch das helle Sehen, was bei mir da schon sehr ausgeprägt war, dass das eben nicht was ist, was jetzt bei jedem Menschen seit Kindheit vorhanden ist, sondern dass das eine Fähigkeit ist, die man hat, um andere Menschen daran teilhaben zu lassen und eben wirklich, um Gutes in die Welt zu bringen. Ja. Und das wahrscheinlich zu lernen, mit diesen unterschiedlichen Eindrücken umzugehen, die einzuordnen, sich auch nicht überwältigen zu lassen von diesen ganzen Eindrücken, gab es da auch so Lernprozesse für dich? Ja, also ich habe als Kind zunächst wirklich gedacht, dass es bei allen Menschen so ist, also zum Beispiel auch jetzt, dass man Energiefelder von Menschen sieht oder eben jemandem in die Augen schaut und sehr genau spürt, was in der Person vorgeht. Oder auch, was bei mir auch ausgeprägt ist, dass ich eben Bilder und so wie innere Filme zu der Person bekomme. Das war auch damals schon so. Und als kleines Kind und so bis ins Grundschulalter bin ich eigentlich ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass das bei allen Menschen irgendwo so vorhanden ist und hatte dann manchmal so Situationen in der Schule, wo dann vielleicht zwei Menschen miteinander kommuniziert haben, zwei Kinder und sich über irgendwas gestritten haben oder so und ich das beobachtet habe und dann gedacht habe, wie kann es denn sein, dass die Person jetzt das zu der anderen sagt, wo man doch sieht, dass er oder sie etwas ganz anderes meint. Und ja, die Erkenntnis, dass vielleicht nicht alle eben das sehen, was ich sehen kann oder sehen darf, das hat ein bisschen gedauert bei mir, ja. Und wahrscheinlich wolltest du helfen, aber musstest dann auch lernen, wo kann ich eingreifen, wo gar nicht, oder? Ja, das auch. Und vieles, was ich so wahrgenommen habe jetzt aus höheren Bewusstseinsfeldern, das wurde dann eben von Erwachsenen eher als eine sehr, sehr, ja, sehr kreative Fantasie beschrieben. Dass ich, dass ich das, dass ich als Kind dann sehr viel auch gemalt habe und also wirklich sehr kreativ war. Ah, schön. Ja, und das kam eben eher aus dem höheren Bewusstsein, aus dem, was ich eben auf einer höheren Bewusstseinsebene wahrgenommen habe und nicht so sehr aus dem, was ich mir zum Beispiel ausgedacht habe oder so, sondern es war eher ein Empfang als ein Sich-Aus-Denken. Und das, ja, das wurde mir dann mit der Zeit eben auch immer klarer und natürlich meinem Umfeld auch. Und ja, ich habe das innerlich, diese Fähigkeiten sehr geehrt und eben für mich dann auch weiter trainiert, sogar schon als Kind. Hattest du da Lehrer oder hat eher, sagen wir mal, die geistige Welt dich da geführt, da mit umzugehen und das zu lernen? Oder hattest du Menschen mit denen du das dann immer sozusagen auch erproben konntest? Ja, also ich habe, also mein Vater, der spirituell sehr geöffnet war, auch zu der Zeit schon, der hat zumindest mich darin bestärkt, dass das bestehen bleibt. Also mir Fragen gestellt dazu oder sich Dinge beschreiben lassen, das war so ein bisschen da mein Glück, also dass ich da eben wirklich in dem Fall einen guten Mentor hatte, einfach, dass es bestehen bleibt. Und später bin ich dann auch wirklich an den passenden Zeitpunkten den passenden Mentoren und einer, insbesondere einer Mentorin begegnet, die mich da sehr erkannt hat und mich wirklich intensiv trainiert hat in diesen Fähigkeiten. Toll. Ja, es ist ja in gewisser Weise ein neues Interview für dich. Man kennt dich eigentlich. Du unterstützt auch Menschen aus den Medien, prominente Persönlichkeiten, dass sie mehr strahlen können. Da kommen wir gleich dazu. Bist Psychologin, hast du psychologische Ausbildungen gemacht. Aber diese Dimension war eben auch immer schon da. Ja. Und das finde ich total spannend, das mal so zu erleben. Und da bist du eben tatsächlich eine Brückenbauerin. Ja. Das heißt, du hast wirklich auch Psychologie studiert, weißt um die Psyche des Menschen und hast wahrscheinlich auch immer, um das noch besser zu verstehen, zu erforschen und noch besser zu helfen, oder? Hast du das alles gelernt? Ja. Magst du mal so beschreiben? Ja. Ja, also dieses Interesse daran, Menschen zu unterstützen, eben auch in ihrer Entwicklung, in ihrer Bewusstseinsentwicklung, das war ja sehr früh da. Ja. Und dass ich dann eben so das Gefühl hatte, ich muss da noch weiterkommen oder noch mehr verstehen, was haben andere Menschen erforscht zur Entwicklung des Menschen. Deswegen habe ich eben Psychologie dann studiert. Nicht unbedingt, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte lernen, Menschen zu sehen oder einzuschätzen und ihnen zu helfen. Weil da hatte ich ehrlich gesagt schon das Gefühl und auch ja die Erfahrung, dass ich da schon recht gut ausgestattet war. Ich wollte aber das ganze Feld eben erfassen und vor allem auch genau diese Brücke bauen zu dem, was eigentlich auch in der Wissenschaft vorhanden ist, über den Menschen, darüber, wie man Menschen auch weiterbringt und fördert. Die Brücke eben zum höheren Bewusstsein, wo eben andere Fähigkeiten dann noch einfließen. Also das finde ich eben sehr wichtig, dass eben die Bereiche nicht gegeneinander kämpfen, sondern dass es eigentlich so ist, dass jeder Bereich, also sowohl eine spirituelle oder sehr bewusste Sicht auf den Menschen, als auch eine wissenschaftlich-psychologische Sicht, dass die sich eigentlich eher die Hände reichen sollten. Dass es einfach darauf ankommt, aus welchem Blickwinkel betrachtet man den Menschen. Absolut. Also ich meine, es ist auch immer meine Vision und meine Hoffnung, dass irgendwann, ich sage mal, Geistheiler und Medien und Ärzte und Krankenhäuser zusammenarbeiten zum Wohle der Menschen. Ja. Da bist du sozusagen eine Pionierin, aber ich denke, das ist die neue Zeit. Ja, ja. Und ja, sehr spannend. Das heißt, du arbeitest auf ganz unterschiedlichen Ebenen wahrscheinlich mit den Menschen. Ja. Also was natürlich dazu noch, was eben manchmal sogar auch ein bisschen so, ich sage mal, was man fast amüsant sehen könnte, ist eben auch, dass meine Fähigkeiten ja in meine, auch in meine Tätigkeiten als Psychologin immer sehr stark einflossen. Das heißt, ich habe ja viel auch zum Beispiel in diagnostischen Bereichen gearbeitet, wo es natürlich eine sehr ausgeklügelte und sehr, sehr erforschte Methodik gibt, um Menschen einzuschätzen. Die habe ich natürlich auch befolgt. Und gleichzeitig hatte ich, hatte ich oftmals ganz schnell eben das, ein sehr, sehr differenziertes Bild über mein Gegenüber ohne diese, ohne die wissenschaftliche Diagnostik. So, die ist, wie gesagt, auch richtig. Und es ist gleichzeitig nur eine Ebene. Und das war dann manchmal natürlich auch, ja, auch, wie soll ich sagen, für andere Menschen verwunderlich. Wunderlich, wie kann sie so schnell einen Menschen einschätzen innerhalb von 20 Minuten oder nicht nur einschätzen, sondern so differenziert wahrnehmen und beschreiben, wo doch eigentlich rein auf psychologischer Ebene das deutlich länger dauern würde vielleicht aus der Erfahrung. Ja, und das ist ja sicher so, vor 20 Jahren oder 25 Jahren konnte man ja auch noch nicht so offen über diese spirituelle Wahrnehmung entsprechen. Ich glaube, da öffnet sich auch im Moment immer mehr die Offenheit. Auch das Wissen darum ist im Mainstream jetzt schon viel weiter. Ja, dass man, hey, viel mehr Menschen haben diese feinen Sinne, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, das war natürlich so im Bereich der Psychologie, im Bereich der wissenschaftlichen Psychologie ist natürlich nicht die Offenheit so da für spirituelle oder Ebenen des höheren Bewusstseins, verständlicherweise, weil es ist eine naturwissenschaftliche Herangehensweise. Und während dieser Zeit habe ich meine Fähigkeiten da schon eher im Verborgenen gehalten. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass eben alle Bereiche sich annähern und also in alles, was ich bisher erwirkt habe und bewirken durfte, sind eben diese Fähigkeiten mit eingeflossen. Und da habe ich auch vielfach, kommen wir vielleicht ja auch später dazu, dass ich sehr viel auch als Psychologin vor der Kamera agiert habe, in verschiedenen, also im Mainstream-Fernsehen, in vielen, vielen Sendungen. Ich glaube, es waren über 40 Sendungen, die Menschen vor der Kamera geholfen habe, beraten habe. Und offiziell war ich natürlich die Psychologin, die dort hilft und berät. Mit dem offiziell anerkannten Wording, dass auch nicht spirituell Interessierte das verstanden haben. Und trotzdem hast du vielleicht sozusagen indirekt diese Menschen sehr wohl noch auf einer anderen Ebene inspiriert und erreicht, oder? Ja, das würde ich schon sagen. Spannend, ja. Da flossen eben eigentlich auch die hellsichtigen und hellfähigkeiten sehr stark mit ein. Und ich hatte da immer so die Motivation, dass letztlich geht es ja darum, was ich bewirke. Also, was ich diesem Menschen, der da vor mir sitzt, gebe, was ich bei ihm oder ihr auslöse und wie ich ihn oder sie dahin begleite, in sein oder ihr klareres Bewusstsein zu finden. In diese Klarheit und diese echte innere Qualität der Liebe. Und da war es eine Zeit lang für mich dann egal, okay, bin ich offiziell die Psychologin oder bin ich Mentorin für Bewusstseinsentwicklung oder sogar Channel-Medium? Was dann die Menschen wissen, die hinter den Kulissen natürlich zu mir kommen, die kommen natürlich, habe ich oft schon gehört, so in der Art, Sabine, ich komme eigentlich nicht unbedingt zu dir, weil du Psychologin bist, sondern weil du eben diese hellsichtigen Fähigkeiten hast. Und am Ende geht es eben darum, was darf ich und was kann ich bewirken? Ja, finde ich wunderbar, einfach zu schauen, mit welchen Möglichkeiten kann ich den Menschen helfen. Und natürlich, wenn man dieses offizielle Wording und dieses offizielle, auch diese Ausbildung hat, wird man nochmal anerkannt von vielen Menschen und kann einfach breiter wirken. Ja, wunderbar. Ja, sehr spannend. Und es gibt noch den Aspekt der Heilung und du hast sogar selbst, wenn ich mich richtig erinnere, auch Selbstheilungskräfte schon erleben dürfen und die auch weitergeben können. Magst du da mal erzählen, wie man das... Also du meinst auch an mir selbst erleben dürfen? Ja, da habe ich verschiedene Erlebnisse, also wo ich auch körperlich dann in Situationen war, die vielleicht herausfordernd waren oder genau, die herausfordernd waren und wo ich dann eigentlich durch mein höheres Bewusstsein und insbesondere durch das Vertrauen, was dann damit ja zusammenhängt. Ja, ja. So was habe ich am eigenen Körper auch erfahren dürfen. Schön. Und wichtig ist mir dabei, dass ich mich dann selbst wie als Beispiel empfunden habe dafür, was eben möglich ist mit dem klaren Bewusstsein und mit diesem tiefen Vertrauen, dieser tiefen Liebe, die damit zusammenhängt. Schön. Natürlich kommt jetzt sofort meine Frage, wie kommen wir da hin? Was hilft uns dabei, klarer, auch einen liebevolleren Blick auf uns selbst zu entwickeln, da klarer zu werden? Was gibt es da für Tools? Ja, das ist das eigentlich schon ein sehr wichtiges, für mich wichtiges Stichwort genannt, der liebevolle Blick auf sich selbst. Also es ist sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, dass man aufrichtig zu sich selbst ist, also sich selbst aufrichtig, ehrlich und gleichzeitig liebevoll betrachtet. Das heißt, dass man auch nicht ein Gefühl, insbesondere die unangenehmen Gefühle, da neigen wir alle vielleicht zeitweise dazu, die eher wegschieben zu wollen, dass wir jedes Gefühl, was da ist, wahrnehmen und versuchen, aus einem liebevollen, neutralen Blick es zu betrachten. Und das klingt ja oft leider so simpel oder so, wie das soll jetzt die Methode sein, das ist wirklich, das ist eigentlich, das ist die Essenz und gleichzeitig die Basis dafür aus meiner Sicht für eine spirituelle Entwicklung, für eine Bewusstseinsentwicklung, dass man mit sich selbst wirklich in die Verbindung geht, darüber sich selbst aus einem neutral, liebevollen Blick zu betrachten. Und wenn wir das wirklich machen, also akut auch in einer Situation oder wo man das Gefühl hat, jetzt ist irgendwie ein innerer Zustand da, der schwierig ist und da wirklich, und das rate ich Thomas so vielen Menschen, so vielen, geh mit diesem Gefühl in Verbindung, setz dich auf einen Stuhl, atme tief, schau meinetwegen auf die weiße Wand und betrachte dieses Gefühl aus dem neutralen und liebevollen Blick heraus. Es ist manchmal nicht ganz leicht. Warum? Weil wir Menschen alle dazu neigen, es zu bewerten. Und das ist wichtig, sich nochmal ins Bewusstsein auch zu rufen. Alles, was wir versuchen, neutral zu betrachten, das löst sich. Einfach betrachten heißt ja, ich schaue es wirklich an, ich verdränge es nicht mehr, ich nehme es wirklich wahr, neutral, liebevoll und dadurch kann sich es bereits verwandeln, oder? Ja, ja. Und was dadurch dann passiert ist, dass sich dieses Gefühl, ich sage mal, das Gefühl erhebt sich. Damit meine ich, es löst sich eigentlich auf und ich gewinne Energie zurück, die dieses Gefühl irgendwo gebunden hat. Und was auch passiert ist, es tritt ein bisschen mehr Gleichmut ein innerlich. Gleichmut bedeutet nicht, man fühlt nichts mehr, sondern unabhängig davon, was halt im Leben passiert, welche Situation passiert. Und wir alle sind ja menschliche Wesen, wir reagieren ja darauf. Unabhängig davon kann innen dieser, ein gewisser Gleichmut, ein gewisser Frieden dann gehalten bleiben. Wofür? Damit ich in meiner Kraft bleibe und noch weiter ansteige in meinem Bewusstsein. Und das ist letztendlich ja dann auch der Weg zu einer inneren Klarheit, auch zur inneren Selbstliebe und letztlich auch, und da kommen wir wieder auf das, was mir als Kind immer so wichtig war, letztlich auch dazu, wirklich glücklich zu sein. Ja, wunderschön. Ich meine, es fällt uns leicht auf, uns zu blicken, wenn wir glücklich sind und verliebt, alles schön ist. Ich glaube, die große Herausforderung, aber wahrscheinlich auch die schönste Übung besteht darin, die Ecken und Kanten umso mehr liebevoll zu betrachten, die wir bisher abgelehnt haben. Oder? Also ich merke so auch in meinem Leben, wenn ich so schwierige Dinge in mir, wo ich merke, ah, da war ich jetzt nicht so gut, mich da lieb zu haben, genau dafür. Ich glaube, da halt nochmal am meisten, oder? Ja. Weil, also da spreche ich jetzt eben Dinge an, wo Menschen vielleicht wirklich schwierige Ängste haben, Eigenschaften, und sich damit auszusöhnen, das ist ja oft ein richtiger Prozess. Dieser Blick ist das eine, aber wahrscheinlich muss ich dann auch ein bisschen noch mehr an mir arbeiten und herausfinden, wie funktioniere ich einfach, wie kann ich Dinge ändern? Ja, wichtig ist natürlich, das auch wirklich zu praktizieren, also das sich wirklich auch anzugewöhnen, wenn ein unangenehmes Gefühl oder ein unangenehmer Zustand da ist, wirklich als fast automatisch, so nenne ich es jetzt mal, damit es deutlich wird, dahin zu gehen, okay, jetzt gehe ich in die Verbindung mit mir selbst und ich betrachte dieses Gefühl. Ich dränge es nicht weg oder ich versuche es nicht zu überspielen, sondern ich betrachte dieses Gefühl und natürlich gehe ich in diesen inneren, liebevollen Zustand mit dem Ziel aber, dass ich in eine gewisse innere Neutralität komme, weil dann löst es sich und dann gewinne ich vielleicht eine neue Erkenntnis auch daraus. Und ich werde vom Bewusstsein, ohne erstmal mehr zu machen, stärker. Stärker und klarer. Und das ist ja auch das, was letztlich das Ziel ist. Schön, ja. Und man sollte es wirklich, das gebe ich auch wirklich vielen Menschen mit, dass man es praktiziert, dass man nicht, also wir alle haben ja immer viel zu tun und man neigt dann dazu zu sagen, ja, wenn ich dann mal Zeit habe, wenn ich dann mal frei habe oder wenn ich mal dann mit mir irgendwie, genau, irgendwo in die Freizeit gehe oder so, dann kann ich mich um mich kümmern, dann kann ich das mal machen, dann kann ich mal meditieren oder irgendwas machen. Das Wichtige ist aber, das immer zu etablieren. Also ich sage manchmal auch zu Menschen, also ein bisschen humorvoll auch gemeint, man kann auch, wenn man an der Supermarktkasse steht und wartet, irgendwie ein paar Minuten warten muss, auch dann kann ich mit mir selbst in die Verbindung gehen, also tief atmen ist dabei immer entscheidend, den Atem, wirklich mit der Aufmerksamkeit auf den Atem gehen und hinspüren, was ist da innen. Bleiben. Und es wird sich erheben. Es gibt so ein schönes Schweizer Sprichwort, schau zu dir. Fand ich so süß. Andi Schwab, lieber Freund von mir, hat das öfter zu mir gesagt. Wow, wie toll. Dann merke ich, die sagen das öfter, die Schweizer. Ich finde, das deutet schon an. Wunderbar. Es ist natürlich nicht irgendein Blick, sondern es ist, jetzt kommt eine elegante Überleitung, der goldene Blick. So heißt dein Buch, wo beispielhaft ein Mensch einem Lehrer begegnet und dieser Mensch hilft ihm jetzt so nach und nach genau diesen Blick zu entwickeln. Und das finde ich, ich mag das, dieses mit dem Blick, wohin blicke ich, mit welcher Gesinnung blicke ich Dinge an, auch meine Mitmenschen an, mich selbst an. Das bewirkt schon sehr viel. Und dieser Blick ist eben bei dir nochmal ein speziellerer Blick. Du blickst, also ich sage mal jetzt ganz esoterisch, siehst du auch Engel zum Beispiel? Um jetzt mal einen anderen Blick nochmal zu erfragen. Also ich kann auch verschiedene Ebenen wahrnehmen, die dann letztlich, wenn man das bildlich beschreibt, würde ich die als Lichtebenen bezeichnen. Das höhere Bewusstsein, man spricht ja auch so oft irgendwie von Licht und Liebe in dem Zusammenhang. Da finde ich auch immer wichtig, das mal zu betrachten, warum denn eigentlich immer Licht, Lichtebenen. Licht ist Bewusstsein, also höheres, klares Bewusstsein, was von der energetischen Ebene eigentlich über dem menschlich-emotionalen, emotionalen und mentalen Erleben liegt. Wenn man das sozusagen bildlich malen würde, dann würde diese Ebene über diesem menschlich-emotionalen Erleben liegen. Und diese Ebene sieht auch tatsächlich aus wie Licht. Also immer heller sozusagen, immer kleiner. Genau, genau. Und das ist ja auch, das ist schön, dass du das ansprichst, weil das ist ja, wo ich eben drüber gesprochen habe, das Ziel ist ja, dass wir ein klareres Bewusstsein bekommen, dass wir heller werden. Dass wir heller werden. Das heißt, wann werde ich denn eigentlich heller? Weil auch wir alle sprechen ja auch so im spirituellen Bereich oft davon, man will, oder ist es wichtig, sein Licht zu strahlen. Da ist es ja gut, auch mal hinzuschauen, was bedeutet das eigentlich? Bewusstsein ist Licht. Wenn ich mich mit Wahrhaftigkeit ehrlich und aus einer gewissen Neutralität heraus betrachte, alles, was ich fühle, was ich erlebt habe, was ich wahrnehme, dann bringe ich Bewusstsein in mich. Und dann werde ich und jeder, das gilt für jeden Menschen, innerlich heller. Und das strahlen wir natürlich dann irgendwann auch aus. Und was strahlen wir denn da eigentlich dann aus? Diese Klarheit. Unsere innerste Essenz. Weil im Grunde sind wir alle Licht, ja. Und wieder, erlägernde Überleitung, mein Lieblingsmotto ist ja, lass dein Licht leuchten. Und du und dein Partner Rio Will, ihr habt so ein Projekt Icons of Light. Und das ist einfach toll. Das heißt, wir haben schon darüber gesprochen, du berätst auch Leute aus der öffentlichen Welt, bekannte Menschen. Mit welchen Themen kommen diese Menschen zu dir und wie unterstützt du diese Menschen? Also du meinst insbesondere jetzt Menschen, die wir begleiten, die in der Öffentlichkeit stehen. Genau, ja, genau. Also es ist natürlich so, dass jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, genauso auch menschliche Themen hat, wie jeder andere Mensch auch. Also da sind wir ja alle, wir alle erleben emotionale Dinge oder haben Erlebnisse, die wir noch nicht verarbeitet kriegen oder haben irgendwelche inneren Themen. Das ist ja irgendwie auch das Schöne, dass wir da sozusagen alle gleich sind. Und gut, und jetzt speziell bei den Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die vielleicht auch sogar sehr in der Öffentlichkeit stehen, habe ich beobachtet, dass da oft so ein, ich sage, also ein entweder unterbewusster oder gerade bewusst werdender Wunsch ist, Gutes in die Welt zu bringen. Und wirklich eigentlich eine gute Botschaft in die Welt zu bringen oder was zu tun, das den Menschen hilft, letztlich auch in ihrer Entwicklung zu mehr Selbstliebe, zu mehr Vertrauen oder auch dazu wahrhaftiger zu sein. Oft ist dieser Wunsch am Anfang so halbbewusst vorhanden, sage ich mal. Ja, verstehe. Es gibt auch Menschen, die in die Öffentlichkeit wollen, eben insbesondere mit diesem Ansinnen. Ich habe aber eben auch beobachtet, dass viele, also egal ob es jetzt Moderatoren, Schauspieler, Menschen, die auf Social Media sehr präsent sind oder auch Menschen im wirtschaftlichen Bereich, die ich auch berate oder die wir auch begleiten, die da auf sehr hohen Positionen sind, dass da ein tiefer innerer Wunsch ist, sich selbst zu entwickeln, hin zu mehr Klarheit, einem klareren Bewusstsein und mehr Liebe sich selbst und der Welt gegenüber. Und dass diese Menschen das eben auch ausdrücken wollen in ihrem Wirken. Und wichtig ist mir aber eben auch, Thomas, jeder von uns, also auch die, auch wenn wir jetzt unser Unternehmen deshalb Icons of Light genannt haben, weil es eben aus unserer oder meiner Sicht die Ikonen des Lichts braucht, die, die eben, die, die ihr Bewusstsein, ihre Liebe und ihre Klarheit in die Welt geben und damit sehr viele andere inspirieren, ist auf, also hat jeder Mensch, wirklich jeder, das Potenzial, die Ikone des Lichts zu sein. Jeder ist ein Licht, ja. Ja. Das ist wirklich wunderbar. Aber tatsächlich wollte ich vorher schon vorlesen, ja, ich bin davon überzeugt, dass die Welt spirituelle Lieder und Gliederinnen braucht. Ja. Warum? Weil diese Menschen natürlich wieder viel mehr Menschen inspirieren können. Einfach auch, ja, wirklich mehr, vielleicht auch so den Weg der Liebe zu gehen, aber auch den Weg der Selbsterkenntnis. Ja. Ja. Schön. Ja, also ich finde es total spannend und es ist ja gerade in der Medienwelt, ich denke auch immer darüber nach, zum Beispiel, wenn man jetzt Hollywood und Spielfilme sich ansieht, denke ich auch immer darüber nach, wie könnte man ja noch mehr spirituelle Inhalte in Filme einbringen. Und da merke ich auch, da muss man strategisch vorgehen. Du kannst die Leute auch nicht überfordern. Ja, ich kann jetzt nicht über einen Medien- und Engelweltenfilmen, das schaut sich keiner an. Aber so ein Beispiel fand ich immer ganz schön, nehme an, Superheldenfilm, die kämpfen alle. Und einer davon erlebt eine spontane Erwachenserfahrung, hört auf zu kämpfen, meditiert und inspiriert auch die anderen. Plötzlich entstehen ganz andere Gespräche. Das heißt, so elegant, subtil könnte man natürlich auch jetzt schon sehr viel mehr spirituelle Inhalte in die Medien bringen. Das stimmt, ja. Das finde ich immer spannend, über so Sachen nachzudenken. Ja, und wo dann vielleicht zum Beispiel, wo du das jetzt so beschreibst, wo dann der Held oder die Heldin eben, also ihre Heldenreise, auch die ist eigentlich in ihr eigenes Erwachen zu kommen. Das heißt, dahin zu kommen, ihre eigene, also die Liebe in sich zu etablieren und ihre eigene Klarheit, ihr höheres Bewusstsein zu realisieren. Und damit dann eigentlich, ich mache es jetzt mal ganz groß, ja, die Welt zu retten. Ja, zur Not. Und eben, am besten ist es ein Mensch, siehst du, das spinnen wir schon am nächsten Drehbuch, ein Mensch, der erstmal wie alle anderen auch so, und dann kommt eine Krise, eine Krankheit oder, oh, was ist das? Und dann merkst du, und erlebst du richtig mit und gehst die Reise mit, mit dieser Heldin, die nach und nach zu sich selber findet, ihre Werte nochmal hinterfrägt und so. Naja, es gibt ja schon ein paar Filme in der Richtung, aber es ist, glaube ich, noch vieles möglich. Also, welcher Film mich als Kind, wo du jetzt da, jetzt gerade auf das kommst, als Kind hat mich der Film Die Unendliche Geschichte sehr, sehr, sehr inspiriert und sehr, sehr berührt. Und ja, da hatte ich tatsächlich in mir auch, habe ich auch den Wunsch verspürt, eine solche Heldin sein zu dürfen, die eben, die eben da eine rettende Aktion in Bezug auf die Welt macht oder eben die Liebe in die Welt bringt. Voll schön. Und da einfach etwas in die Welt gibt, was, was sehr, sehr vielen Menschen hilft. Ja, total schön. Und ich habe das Pendant für Jungs, ist eigentlich Superman, so hier, Superman von 79, Christopher Reeve, eine so liebevolle Wesenheit, der einfach den Menschen helfen wollte. Ihm wurde gesagt, du darfst dich nicht in das Schicksal der Menschen einmischen, aber hilf den Menschen. Und dann am Ende kämpft er natürlich auch, die Kämpferei muss nicht sein, aber diese Grundhaltung, liebevoll für den Menschen da zu sein, war bei Superman so ausgeprägt, bei diesem ersten Film. Das hat mich voll ermutigt. Ja, so stehe ich. Ja, und gleichzeitig ist es ja eben wichtig und das ist für mich auch wirklich eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass wir alle nicht auf Superman oder einen anderen Helden oder eine andere Heldin, ich sage es mal so, warten müssen. Warten müssen oder wir selber müssen nicht erst da zu werden, bevor wir anfangen können zu wirken. Genau, genau, sondern mit jedem Moment, in dem der einzelne Mensch sich mit sich selbst verbindet und dadurch eigentlich ein Bewusstsein in sich erhebt und auch die Liebe und die Klarheit, die immer mit dem entwickelten Bewusstsein zusammenhängen, das ist eins. Das sind Qualitäten des höheren Bewusstseins, wo jeder hinkommen kann, in jedem Moment und wenn es nur zwei Minuten sind, aus meiner Sicht tut dieser Mensch für alle was. Und deswegen sind wir auch, das ist mir immer wichtig, wir alle sind wirklich in der Tiefe gleich wertvoll und gleichfähig, uns zu entwickeln, auch Schwieriges zu transformieren. Das ist ja auch oft das, also mir begegnen auch oft Menschen, die sehr auf der spirituellen Suche sind und da auch verschiedene Erfahrungen gemacht haben und sehr, sehr offen sind. Und wo dann gleichzeitig innerlich dieser Gap ist zu, ja aber mein Leben, was ich da alles für Schwierigkeiten habe, Belastungen oder Themen vielleicht, mit denen ich irgendwie nicht klarkomme. Und die frohe Botschaft ist doch, dass in so einem Moment das Spirituellste, was du tun kannst für deine eigene Entwicklung, ist wahrhaftig mit dir und diesem menschlichen Problem, was vielleicht gerade da ist. Was wir alle haben, das liebevoll, neutral und liebevoll zu betrachten und dadurch mehr in diesen inneren Zustand von Frieden und Klarheit zu kommen. Und das kann jeder Mensch und das ist mir immer wichtig, auch da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, weil ich das beobachte so an der Szene oder an den vielen Menschen, die da schon auf dem Weg sind, der Bewusstseinsentwicklung. Dass eben auch da oft eine Brücke notwendig ist, was mache ich denn eben mit meinem normalen Leben, wo normale Themen und Probleme bestehen, also normale, jetzt in Anführungszeichen, menschliche Themen, die einfach da sind. Die wir alle mit uns tragen, Vergangenheiten und Ahnen und frühere Leben, da hat sich ja vieles zusammengesammelt. Und jeder hat so sein Päckchen. Und ich beobachte auch in der Szene manchmal, dass oft gesagt wird, ich muss erst diese Sachen wirklich auflösen. Erst dann kann ich mein Licht leuchten lassen. Stattdessen, und das gefällt mir bei dir so schön, so eine Sanftheit in diesem liebevollen Blick zu sich selber. Wie gesagt, manchmal ist es schon ein bisschen Arbeit. Die Arbeit besteht darin, den Blick zu halten, trotzdem in Liebe mit sich zu sein, trotz allem, was auch immer ist. Aber ja, schön. Und es, genau, es auch zu praktizieren. Ja. Das ist, ich denke, das ist eine Botschaft, die vielen Menschen guttun könnte, insbesondere denen, die auch so sehr auf dem Weg mit sich selbst sind. Und oft mit sich hadern. Ja. So, das ist noch nicht in Ordnung, also bin ich schuld, also muss ich da noch. Und stattdessen ist es, wie es ist. Und da einfach immer wieder in Liebe sich alles anzusehen. Ja, und vor allem, warum in Liebe? Deswegen betone ich immer, in Liebe und diesem gewissenneutralen Blick, weil alles, was wir in uns erheben, in die Wertfreiheit, und das wird geschehen, wenn wir das praktizieren, alles, was wir wertfrei hinterlassen, das höhere Bewusstsein bewertet nicht, das ist sozusagen geklärt in sich. Und das merkt man auch, dass man dadurch dann ein wahrhaftigerer und stärkerer Mensch wird, stärker, weil mehr Wahrheit und mehr Liebe realisiert ist. Und deswegen ist das auch, was ich immer so gerne betone, wie spirituell oder wie bewusst ein Mensch ist, das kannst du auch daran beobachten, wie dieser Mensch mit sich selbst und anderen Menschen umgeht. Absolut. Das wird, also aus meiner Beobachtung wird das oft so ein bisschen vergessen, dann wird gesehen auch... Genau, es gibt Meditationsmeister, wunderbar auf der Bühne und dann geht er weg und kümmert sich um niemanden mehr. Jetzt mal so ein Bild. Ja, was natürlich auch nicht zu bewerten ist, aber es ist eben, da ist immer die Frage, worum geht es denn? Also wo wollen wir denn hin? Geht es darum, dass, jetzt als ein bisschen banales Beispiel, geht es darum, dass man lernen muss, Auren zu sehen? Oder dass man, dass man dann überlegt, okay, wäre es für mich mal gut, irgendwie ein Seminar in Bezug auf Rückführung oder irgendwas, ich nenne jetzt einfach irgendwelche Beispiele, wo ich sagen würde, gut, das ist natürlich nachvollziehbar, dass das auch interessant ist und dass auch das ist nicht zu bewerten. Wichtig ist aber für uns alle, für uns alle, wo geht es denn hin? Wo wollen wir denn hin? Ja, schön. Und die Frage dürfen wir uns immer wieder stellen. Aus welchen Motivationen mache ich dies und das? Stimmt es überein mit meinen inneren Werten, mit dem, was ich eigentlich will, oder? Genau, und was ist meine wirkliche Intention? Was ist meine Intention, wenn ich, ja, ich bleibe jetzt mal bei diesem banalen Beispiel, was ist meine Intention, wenn ich zum Beispiel glaube, ein spirituellerer Mensch zu sein, darüber, dass ich lerne, eine Aura zu sehen, zum Beispiel. Wo, wie gesagt, was ich nicht bewerte. Nur wichtiger ist, was ist meine Intention dahinter? Warum will ich das denn lernen? Will ich es lernen, um einfach nur cooler zu sein oder mehr zu sehen? Oder will ich es lernen, weil ich wirklich fühle, dass ich dadurch meinen Mitmenschen helfen kann? Und dann ist die Motivation noch eine gute. Genau, und dann ist es so, und dann ist es so, dass natürlich die Basis ist, je bewusster ich bin, also je mehr Arbeit ich auch mit mir getan habe, je mehr ich mich innerlich, ich nehme nochmal das Bild, erhellt habe. Ja, schön, schönes Bild. Als Essenz und gleichzeitig als Basis für alle spirituellen Fähigkeiten oder alle Fähigkeiten des höheren Bewusstseins, die sich auswirken wollen oder auswirken, ja, die sich auswirken wollen, sage ich mal, oder entwickeln wollen. Also ich trainiere tatsächlich auch ja Menschen darin, ihre spirituellen Fähigkeiten zu trainieren und zu trainieren, sage ich, zu entwickeln, genau. Zu erfahren, genau. Und da geht es aber genau darum, wo wollen wir hin? Wir wollen da in ein klarerer, bewussterer Mensch zu werden. Und das ist die Basis für die Fähigkeiten, die da angewendet werden wollen. Das heißt, das ist dann auch, ich finde es dann auch wichtig, auch eine klare Methodik zu vermitteln. Wie kann ich denn heller sehen? Ich kann so hell sehen, wie ich innen hell bin. Also es fängt bei dem Einzelnen an. Und dann gibt es natürlich, und darin bin ich tatsächlich ja auch über mehrere Jahre sehr intensiv trainiert worden, dass wir unsere Klarheit trainieren. Also das heißt, wenn man channelt, also wenn man wirklich... Wenn ich was wahrnehme, woher kommt es? Genau, aus dem höheren Bewusstsein was wahrnehme, dann ist es also aus meiner Sicht, und so bin ich auch begleitet worden, essentiell wichtig, dass ich selbst sehr, sehr klar bin. Denn was heißt das denn? Das heißt, dass nicht meine persönlichen, emotionalen Belange zum Beispiel oder meine persönlichen Themen irgendwo mit einfließen in das, was ich jetzt der anderen Person aus meinem höheren Bewusstsein her gebe. Das finde ich persönlich, da habe ich auch, also in Bezug auf meine Arbeit, sage ich ganz offen, einen sehr hohen Anspruch. Auch, dass es sich nicht mischen darf mit eigenen, also mit eigenen persönlichen, emotionalen Themen, das, was ich der anderen Person gebe. Das heißt, mein Channel, um das Wort nochmal zu gebrauchen, sollte sehr, sehr klar sein. Und das ist etwas, was ich in mir trainiere und immer wieder auch etabliere und was ich tatsächlich auch den Menschen, die ich jetzt auch trainiere in ihren Fähigkeiten, wo Hellfühligkeit, Hellwissen, eine gewisse Hellsichtigkeit und eine sehr starke Intuition, eine intuitive Fähigkeit da sind, zu trainieren. Und das in aller Klarheit anzuwenden, dadurch, dass die Person sich selbst entwickelt, veredelt, könnte man sagen, in dem, wie sie sich selbst betrachtet und dadurch entwickelt und die Fähigkeiten methodisch sehr sauber anwendet über den Fokus. Also da ist es sehr essentiell wichtig, den Geist wirklich fokussieren zu können, weil auch da wieder, was ist die Intention? Was ist die Intention, wenn ich für meinen Gegenüber hellsichtig schaue? Meine Intention ist, meinem Gegenüber die größtmögliche Unterstützung zu geben für seinen Weg in der Bewusstseinsentwicklung. Und da kann es dann natürlich sein, dass ich wirklich ganz konkret etwas sehe, was jetzt vielleicht erkannt werden darf. Können wir gleich auch noch vielleicht auf ein paar Beispiele eingehen. Was ist genau das, was jetzt erkannt werden darf in Bezug auf das persönliche Problem, was vielleicht die Person hat? Wichtig ist meine Intention dabei. Meine Intention ist nur, aus der Klarheit heraus zu agieren. Und das finde ich wunderschön. Und das kann man ja in jeder Arbeit, in jedem Wirken sich vornehmen. Also ich mache auch, wenn ich zum Beispiel einen Vortag zu halten habe, weise ich vorher Aufregung, Lampenfieber und so. Und dann lasse ich alles los und sage, dein Wille geschehen, mir einfach heilsames Wissen durch mich fließen. Und dann geht's. Und dann wird's fein. Und dann wird's frei. Und das kann man überall machen. Und dann kennst du das vielleicht auch, Thomas, also so wie du es beschreibst, dass du dann wirklich Botschaften gibst oder ein Wissen weitergibst, was in dem Moment auch fast unabhängig ist von deinem emotionalen, persönlichen Erleben oder von dem, was du vielleicht an dem Tag vorher erlebt hast oder was gerade vielleicht auch eine Hürde, die persönlich zu überwinden war. Und dann bist du verbunden mit dem Feld deines höheren Bewusstseins. Und vielleicht kennst du die Erfahrung, dass das besonders gut dann klappt oder dass du besonders dann vielleicht viel Inspiration den Menschen geben kannst, wenn du sehr fokussiert bist. Absolut. Und sogar hier jetzt diese Arbeit ist für mich ja auch wie geführt. Ich bin einfach in einem anderen Flow. Und heute geht es mir vorher auch schon gut und so. Aber manchmal habe ich vorher so irgendwelche Themen. Man hat ja, aber ich lasse das dann los und gebe mich einer höheren Aufgabe hin, um es mal irgendwo so in Worte zu fassen. Und das ist wunderbar und das kann jeder, habe ich so das Gefühl, wenn man so seine Bestimmung, seine Liebensaufgabe gefunden hat, wie immer die aussieht. Und wenn es eben Hand in Hand geht, das, was wir eben gesagt haben, dass man das eigene liebevoll neutral betrachtet und da immer in die Verbindung mit sich selbst geht als Basis. Und wenn man die Fähigkeiten, die spirituellen Fähigkeiten oder das Hellwissen, Botschaften geben, anwendet, da in absoluter Klarheit zu sein, um nichts zu vermischen. Oder ja, ich sage jetzt mal persönliche Intentionen oder Ziele drin zu haben, sondern das einzige Ziel ist dann eben das Bestmögliche zu geben. Also so empfinde ich es und ich habe den Eindruck, dass es bei dir ähnlich ist. Ja, und das hat dann immer mit Selbsterforschung zu tun, immer mit sich neu kennenzulernen, zu sehen, wie funktioniere ich, was für Ängste sind noch da und so. Wo wäre ich getriggert? Okay, ich schalte mir den Trigger an. Ja, hast du das Gefühl, dass, mal so das gesellschaftliche ein bisschen betrachtet, dass heute das Interesse, die Offenheit tatsächlich mehr wird für diese Themen? Erlebst du heute viel mehr Menschen, die auch offener über diese Themen sprechen? Also du meinst speziell auch über? Speziell Medialität, Heilung, spirituelle Themen. Also ich finde, es ist zu beobachten, dass ein Rieseninteresse entstanden ist. Ich denke, ich lebe in so einer Blase, denke ich, ja klar, aber du hast nochmal einen anderen Blick. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, nee, alles gut, ja. Okay. Ja, das ist schon sehr deutlich zu beobachten, dass vor allem auch so eine sehr offene Suche eigentlich danach ist, okay, was kann ich denn jetzt machen? Wie kann ich denn glücklicher werden? Wie kann ich, also manche Menschen suchen speziell danach, wie kann ich glücklicher werden? Wie kann ich auch, ja, wie kann ich besser in der Welt agieren? Und es gibt natürlich auch eine riesige Gruppe von Menschen, die sagen, ich will mich irgendwie spirituell entwickeln, ich will auf dem Weg der Bewusstseinsentwicklung weitergehen. Aber wie mache ich es jetzt? Das ist, ich finde, da hat eine riesige Öffnung stattgefunden. Das ist wirklich sehr deutlich und umso mehr braucht es aus meiner Sicht dann auch sehr klare Botschaften oder für viele Menschen auch eine klare Führung. Weil es eben so viel auch gibt, dass man manchmal wirklich überlegt, okay, was ist denn jetzt das, was mir hilft? Soll ich mal das machen? Soll ich das machen? Und nochmal, ich finde, es ist total nachvollziehbar und überhaupt nicht zu bewerten, wenn man da einfach ein starkes Interesse hat, was es alles gibt. Ah, ich probiere mal das aus, probiere das aus. Das ist ja auch sehr, das kann ja auch sehr so abenteuerlich sein oder inspirierend. Und gleichzeitig ist das, was ich Menschen immer gerne rate, ist, sich dann für einen Weg zu entscheiden und sich wirklich dazu innerlich zu committen, wo will ich denn eigentlich hin? Und ich denke, das eint uns dann wieder alle, dass wir eigentlich dahin wollen, dass wir glücklich und friedvoll, also innerlich friedvoll und nach außen friedvoll leben können. Und dass wir wahrhaftig und in Liebe leben und also mit uns selbst und mit anderen und mit der Welt. Ich denke, dieser Wunsch ist eigentlich in jedem Menschen vorhanden. Und es ist gut, sich das immer wieder bewusst zu machen, warum will ich mich, wohin will ich mich denn entwickeln? Wohin will ich mich entwickeln? Und dann wieder das, was wir eben gesagt haben, dieser wahrhaftige Blick auf sich selbst. Warum will ich denn auch bestimmte Fähigkeiten entfalten? Ich erlebe das ja auch oft, dass Menschen dann vielleicht auch manchmal beeindruckt sind davon, wenn ich dann sehr schnell sehen kann, okay, ich schaue aus dem höheren Bewusstsein und sehe, dass vielleicht die Ursache für ein bestimmtes Problem oder so da und da liegt. Oder dass das und das zu tun ist, was die Person selbst noch gar nicht gesehen hat. Und dann ist oft auch so ein Beeindrucktsein, oh, wie kann man das und so weiter. Und ich finde das auch berührend, wenn Menschen das beeindruckt. Es geht aber nicht darum, hellsehen zu lernen, sondern es geht erstmal darum, dass wir uns selbst entwickeln, also uns verbinden mit uns selbst und da stärker werden und, wie wir gesagt haben, heller werden. Und wenn sich dann solche Fähigkeiten entwickeln, wie gesagt, kann man sie trainieren und das ist auch super. Ja, total schön. Immer mit der Intention, dann eben irgendwo, ich drücke es jetzt mal so, aus der Welt zu dienen. Ja, absolut. Und das bringt es nochmal auf eine gesellschaftliche Ebene, diesen liebenden Blick eben auch auf die Welt und auf die Menschen zu richten. Ja, und gleichzeitig finde ich, was mindestens genauso wichtig ist, ist, und das wünsche ich mir wirklich so sehr auch für uns alle, dass wir alle uns bewusst werden, was jeder Einzelne für eine Kraft hat. Ja. Und oft geht es ja dann auch darum, ja, wie siehst du denn die Entwicklung der Welt oder wie wird es denn werden? Und was ist denn jetzt dieser, wie bekommen wir denn diesen Turning Point, den es vielleicht jetzt einfach so in der Beobachtung in vielen Bereichen braucht? Was können wir da bewirken? Allein durch eine Haltung, eine positive Haltung, oder? Ja, der Turning Point ist, dass jeder sich gewahr wird darüber, dass er oder sie selbst ganz viel bewirken kann. Und das hat so einen Effekt, Thomas. Also ich bin davon überzeugt, dass es darum geht, dass wir alle das erkennen. Toll. Dass wir wirklich alle erkennen, ich bin wertvoll, wir alle sind gleich wertvoll, wir sind alle geliebt. Aus den höheren Bewusstseinsfeldern fließt jedem Mensch gleich viel Liebe zu, allen, uns allen, da sind wir alle gleich. Und da hinzukommen, ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Und wenn ich mich mit mir selbst verbinde, immer wieder, dann werde ich innerlich stärker. Ich komme zu mehr Wahrhaftigkeit und Liebe. Und das wird sich auswirken. Es ist nicht anders möglich. Und das ist das, was ich mir natürlich, wie man vielleicht merkt, auch für uns alle sehr, sehr wünsche. Ja, total. Total berührend. Und das kann man nicht mehr toppen. Es war ein wunderbares Schlusswort, wenn du einverstanden bist. Ja, ganz wunderbar. Ich danke dir sehr für die schöne Begegnung. Ganz spannend, was du tust. Und danke, dass ja diese Ermutigung, dass wir alle unser Licht mehr leuchten lassen dürfen und uns mehr lieben für das, was wir sind. Das ist ein ganz toller Appell. Dankeschön. Vielen Dank auch dir, Thomas. Danke. Alles Liebe euch. Danke.